Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen, neuen Video. Heute reagieren wir auf Gianni030. Ein Kollege von Pasha, ihr seht's hinter mir. Ich bin größter Pasha-Fan, oh fuck. Ich bin Pasha-Fan, durch und durch. Also, ich muss einfach jetzt abchecken. Und wir checken das zusammen ab. Deswegen lasst gerne ein Abo oder lasst gerne ein Like da. Wir gehen direkt rein ins Video. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab noch nix davon gehört. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Stil das sein wird. Ja, geliked, abonniert. Support ist kein Mord, Freunde. Immer die Leute, immer die Leute, die Musik machen, supporten. Weißt du, was ich meine? Die haben Träume, die haben Ziele. So, mit einem Like. Schade ist dir nicht. Das ist eine Sekunde. Abo. Ey, seid einfach da. Seid einfach da. Supportet die Leute, Bruder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Boah, Digga, was für geile Felgen. Bentley Felgen. Ey, wow, Digga, wie krass war das aus? Cutpuster. Tor. 1995, Nonin, Ecke Marianne. Damals Räuber und Chantan. Warte, Nonin, Ecke Marianne. Achso, das, ach, Titel. Ist ein Ort. Achso, ja, macht Sinn, Ecke Marianne. Ich hab das gar nicht verstanden. Ich wollte das auch gar nicht vorlesen, weil ich dachte, was sagt der da? Aber es ist hier anscheinend... Nonin, Ecke Marianne. Boah, was heißt das? Also, Ecke Marianne. Das hört sich an wie ne... Straße, aber was ist Nonin? Auch ne Straße? Geiler Einstieg, geiler, geiler Einstieg. Muss man direkt sagen, seine Stimme ist fett, Bruder. Fett, geil. 1995, Nonin, Ecke Marianne. Damals Räuber und Chantan. Heute Dollys wollen uns fangen, ah. Tut mir leid, wir sind in dieser Welt gefangen. Machen miese Geld und dann hol großem Rotterdam, ah. Boah, Digga, ich muss sagen, der sehr flow ist behindert, geil. Dreckswetter, schlechte Laune, Haare unten. Mama macht Dwarf für uns, wir machen Kunden. Boah, Bruder. Dreckswetter, schlechte Laune, Haare unten. Mama macht Dwarf für uns, wir machen Kunden. Digga, was? Bruder, ey, das... Digga, ich muss das nochmal... Das ist ne harte Line, Bruder. Das ist ne harte, traurige, aber harte und... Boah, Digga. Ey, das erinnert mich an Breaking Bad, Digga. Digga, sag mir nicht... Oder machen die einfach Ruhe, ey. Nein, die machen... Hä? Haben die da Scheine in der Pfanne? Verbrennen die Scheine? Ey, ich hab keine Ahnung von solchen Filmen. Also, wenn hier einer hier ist, der so, keine Ahnung, Berlins Most Wanted ist und sich denkt, ey, was labert der für ne Scheiße? Ich hab auch keine Ahnung davon. Ich hab höchstens... Das Kriminellste, was ich gesehen habe, war... Das... Ey, ich weiß es nicht. Lass mich nicht... Ich will ne Musik hören. Oha, was passiert? Warte, das war ne geile Line. Geil. Auch der Beat, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man sowas schon als Boom, Bap, Read, nennt... Aber ich weiß nicht, ob das so ein Beat ist, aber er hört sich fett an. Der Beat ist geil, sein Flow ist geil. Ich kann mir so richtig vorstellen, du sitzt im Auto, late night, fährst... Ist ja auch ein bisschen traurig, der Text, so ein bisschen so Realtalk-mäßig angelehnt. Und dann machst du einfach... Fährst du einfach Auto nachts und hörst diesen Song, alter. Das ist doch einfach ein Vibe, Bruder. Geil, Bruder. Ey, geil, 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 geil. Babakusch, Babasein, Sas kaputt. Warte. Wie geil war das gereimt, alter. Sorry, das ist so zurückgekehrt die ganze Zeit, aber ich muss, Bruder, das ist ein Banger. Also wirklich, bis jetzt die erste Minute... Oh, jetzt kommt die Hook. Bis jetzt, der Part war... Crispy clean, bro. Ey, ist das... Ey, wow, ey, 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 Mann, alter. Ey, Mann, alter, ey. Scheiße, Mann, warte. Yeah. Digger, guck mal, ich muss direkt lachen, Digger. Ich bin so ein Fan, Digger. Ich schwöre, ich bin verliebt. Ich bin... Ich sag's straight, aber ich bin verliebt, Digger. Digger, ich schwöre, Geistkrank. Aber wie viel ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie machen noch eine Zehn... Ich schätze mal 500.000. Beste Mathe über Ali kannte. Ali. Ja, mein Anwalt weiß, bis... Scheiße. Den Kurs geplaut, soll es zu spät. Alle Kriminelle sind zum Kupel. Alles geht so schnell, meine Ruhe dreht. Alle sind dabei, aber du nicht. Den Kurs geplaut, soll es... Das ist eine krasse Aufnahme, Alter. Zu spät. Nicht gesehen, zwischen dem, was man gelernt hat und zwischen dem, was die Straße beigebracht hat. Weißt du? Zwischen dem, was man zu Hause für Normen und Werte bekommen hat und zwischen dem, was man auf der Straße gelernt hat. Also, wenn das so gemeint ist, ist das echt deep, Bruder. Und ich denke, es ist so gemeint. Auch zum Beispiel die Laien von wegen, Mama macht Doar, ich mach Kunden. Ich meine, dass man Kunden macht, hat man ja nicht von den Eltern gelernt, sondern auf der Straße. Und das ist halt so dieser Zwiespalt. Du bist auf der Straße aufgewachsen. Du hast die Normen und Werte von der Straße. Du bist eigentlich so und so, so und so. Aber eigentlich hast du zu Hause andere Sachen gelernt. Und du lebst in so zwei Welten und hast auch so zwei Persönlichkeiten. Weil ich meine, wenn... Ich weiß nicht, ob das jetzt Gianni ist. Ich sehe das jetzt nicht ganz. Aber ich meine, auf der Straße so hart und so. Aber zu Hause gehst du halt nicht zu deiner Mutter und machst Ansagen. Sondern du bist dann so der... Du bist ein Baby so. Du bist das Kind. Du bist immer noch in ihren Augen ein Baby. Ja. Und dann würdest du auch gerne mal mit Mami kuscheln und so. Aber auf der Straße sagst du, ey, geh mal. Dein Kombi musst du noch bezahlen, Alter. Was geht ab, Alter? Schulmami. Versteht aber schon einer. Also dieser Zwiespalt. Ich frage mich auch, Digger. Stellt euch mal vor, so ein Manuelsen. Der so auf der Straße so... Oder keine Ahnung wer, ey. Es war jetzt nur so gesagt. Aber irgendwelche Rambos, die irgendwo rumlaufen und Schutzgeld einnehmen. Auf einmal bei deren Mütter bekommen sie so Ärger oder so. Keine Ahnung. Alle Kriminelle sitzen im Coupé. Alles geht zu schnell in meine Uhrdrehen. Alle sind dabei, aber du weißt. Mein kleiner Bruder, ich Porsche, ich schließe Flex. Aber unterm Auto, use the use. GPS, I'm just wissen, wie sind... Use the use. Geil. Auf der Straße. Ey, ist der Türke? Oder türkisch sprachig. Vielleicht ist er auch Kurde und kann türkisch. Du hast immer Krisenstress. Drei Telefone, ich brauch immer Netz. Geile, geile Lines. Sag mir, Bruder, wie viele Hunden machst du weg? Wie viele deine Kunden bringen Umsatz im Geschäft? Wie oft haben diese Hunde uns... Ah, guck mal, die Straße ist so. Ach so. Nauen in, Straße, Ecke, Marianne. Das war hier, Marianne, das stand auch gerade da. Das ist halt hier und das soll ein Treffpunkt sein. Wahrscheinlich... Guck mal, der hat Telefon am Auge. Wahrscheinlich, um Drogen zu verkaufen. Wahrscheinlich, das ist ein Treffpunkt für Drogen. Diese Hunde uns verpetzt. Ich frage mich, ob das wirklich ein Treffpunkt ist. Also auch ein Reelove. Oder ob das einfach jetzt so als Kunstdings benutzt wird. Weil ich meine, wenn so ein Polizist so ein Song hört, der wird das doch dann wissen. Guck dir, was ich meine? Oder bin ich dumm und jetzt... Weil dann wird man das doch nicht sagen. Bruder, sag mir, wie viel unser Bunker sind schon weg. Mama hat ihre Familie verlassen. In der Hoffnung, dass wir es hier in Frieden einschaffen. Aber spielen mit Waffen. Ah, dealen mit Backen. Risiken zehn Jahre. Mama sieht uns nie wieder lachen. Ah, Amsterdam hat so unser Kopf gefüllt. Warte, wer war das? Zehn Jahre. Mama sieht uns nie wieder lachen. Ah. Ey, guck mal. Ich schwöre. Ey, habt ihr gesehen? Ich hab's direkt erkannt, Digger. Ich schwöre, ich bin verrückt, Mann. Ich bin verrückt. Ist okay. Direkt mein Gehirn hat umgestaltet. Wer war das, Digger? Ist Pasha. Ist Can. Ist Can. Ah, dann sind die aber auch so, dass sie... Dass sie krass miteinander chillen. Ich dachte jetzt vielleicht einfach einer aus der Hood und so. Aber heftig. Nee, nicht mal in seinen eigenen Musikvideos ist ja so zu sehen. Nicht mal in seinen eigenen Videos sieht man sein Gesicht. Hier in Gianni seinem Video sieht man sein Gesicht. Amsterdam hat so unser Kopf gefüllt. Aber dieses Koks brach am Kottilicht. Machen groß und die Hoffnung ist. Damit's mein Sohn nicht so macht wie ich. Filmt Mutter für goldene Platte. Kriegen lange Bruder. Ey, diese T-Shirts sind so cool, ne? Apropos, falls das einer sieht, der in die T-Shirts gehört. Ich hab dieses T-Shirt im Hintergrund hier. Hier. Das ist mir zu klein geworden, weil ich fett bin. Ich bin fett und gewachsen. Ich hab zu viel, äh, zu viel Fruchtzwerge gegessen. Ich würd mich riesig freuen, wenn ich irgendwie vielleicht ein T-Shirt zugeschickt bekommen würde. Äh, oder so. Ich schwöre, ich würd sogar bezahlen. Man bekommt die T-Shirts nicht mal. Also, die von der Tour kriegt man sowieso nicht mehr. Falls es jemanden gibt, jetzt ernst, der bei der Tour dabei war und Tourmerch gekauft hat, meldet euch bei mir bei Instagram. Äh, locker31x. Ich würde auch abkaufen. Aber falls jetzt hier so Pasha das Video sieht oder Gianni, klärt mal, klärt mal Kiste. Klärt mal Kiste-T-Shirts. Also, wär cool. Ich würd wär cool. Stell dir mal vor. Ich find, ich find auch den, äh, Grad zwischen Hook und Parze sehr, sehr geil. Muss ich wirklich sagen, den Grad zwischen Hook und Parze sehr, sehr geil. Die Hook hat dieses, äh, bisschen Gesinge. Das find ich geil, weil der macht das auf seine eigene Art und Weise. Äh, und es ist auch beruhigend. Und die Parze, du hörst den Parze gerne zu. Wirklich. Ist für mich komplett alles rund, alles geil, alles fett, Bruder. Alles. Ich stelle mir einfach nur vor, wie ich heute Nacht im Auto sitze und diesen Song höre. Inko ist geplatzt, alles zu spät. Alle Kriminelle sind zum K השmin. Alles geht so schnell, meine Hoh tret. Alle sind dabei, aber du nüsst. Inko ist geplatzt, alles zu spät. Alle Kriminelle sind zum Co Victor. Ja, das war doch. Inko ist geplatzt, alles zu spät. Alle. Kriminelle sind zum Co commencer. Alles geht so schnell, meine Hoh tret. Alle sind dabei, aber du nüsst. Warte, wer hat da eigentlich das Video aufgenommen? Paul Fanger und John Beider Warte, Directed by heißt Directed Kamera, okay, okay, okay Was heißt, was heißt Directed? Was macht, hä? Directed ist doch dann so Keine Ahnung Keine Ahnung, so auf den so gesagt was man machen soll Aber John Beider Paul Fanger hat man auch öfter schon gesehen Also auch Paul Fanger macht immer so gute Arbeit Also wirklich Auch Kamera und so Also das hier, was hier, also abgesehen von John, ich weiß jetzt nicht, was der da Ob der, das wäre krass Weil der hat ja sogar, wenn ich mich nicht irre Hat der ja sogar was in die Richtung Film Studiert oder ist dabei gewesen Und hat es abgebrochen und John selber meinte ja auch öfters Er würde nach seiner Rap-Karriere auch gerne in die Fün-Szene reingehen Weil er auch daran ein riesiges Interesse hat Und ich würde den auch voll da sehen, Alter Ey, ihr wisst Egal, was für ein Video kommt Die Leute sagen, es ist ein Berliner Wave so Aber ich sage euch ehrlich Es unterscheidet sich auf jeden Fall Wenn man so Simba seine Videos anschaut Pasha seine Videos anschaut Unter anderem jetzt auch Gianni seine Videos Bruder, das ist ein eigener Vibe Das unterscheidet sich nochmal komplett von all dem Was in Berlin so abgeht, Bruder Deswegen die Jungs sind da auch richtig krass unterwegs Und ja, man, heftig Ja Oh, wie cool wäre das, wenn das der Sass-Laden von seinem Vater wäre Wenn das nicht nur eine Line wäre Sondern wirklich sein Also am Anfang hieß es ja Irgendwas mit Kripus wegen Hasch Machen die kaputt Mein Vater Sass Irgendwas so haben die ja gesagt Wenn der, sein Vater wirklich ein Sass-Laden hätte Das wäre schon echt, echt schön Sass ist wirklich ein wunderschönes Instrument Das ist wirklich geisteskrank Geisteskrank Ich kann nicht mehr reden Aber ihr wisst schon was, meine Heftig, heftig, heftig Hey Ich hab nichts mehr zu sagen Sprachlos Sprachlos Ihr könnt gerne kommentieren, wie ihr den Song fandet Ich fand den Song sehr, sehr gut Also ich hoffe auf mehr Musik von dem Bruder Gianni030 Würde mich auf jeden Fall freuen Wenn da weiterhin so ein geiler Stuff kommt Auch perfekt für den Winter, sag ich ehrlich Es war so ein bisschen Deeper Song Auch ein Song so zum Nachdenken So ein bisschen so auch Wo man so ein bisschen melancholisch ist und so Ich liebe solche Songs Das ist wirklich mein Type Ich hätte aber auch ehrlich Bock auf so einen Flex-Song von dem So wo der sagt Äh, ich trage Gucci bei Ihr wisst schon was ich meine Sowas Das wäre auch, glaube ich, cool Mit seiner Stimme Seine Stimme ist brachial Seine Stimme ist einzigartig Seine Stimme ist wirklich heftig, heftig, heftig Die ist auch so Fett einfach Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll Die ist so breit So Die ist so Einfach krass Und Ja, mehr habe ich nichts zu sagen Lasst gerne ein Like und ein Abo bei mir da Supportet die Musik von den Berliner Jungs Äh Streamt das Ding behindert Dass sie auch mehr machen können Dass sie hier Dies, das, andern Verträge bekommen Ihr wisst was ich meine Also Bis eure Herzen, Freunde Das war's mit mir Und Vergisst nicht Wenn ihr ein T-Shirt habt In sowas Schickt mir L Größe L Ich trage Größe L Weil ich bin fett geworden Und Can, wenn du das Video siehst Bitte Schickt mir eine Kiste T-Shirt zu Ich würde mich freuen Und Sticker Ich will diesen Sticker Ich habe diesen Sticker Ich klicke diesen Sticker genau hier hin Ich klicke diesen Sticker Oder da hinten Irgendwohin Aber ja Tschüss